Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf unter Rad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 52 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 900 Euro pro Monat. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Platt! Zero-Wohnung Grazie. Bauch. Geh.